Einen flauschigen guten Tag wünsche euch und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Murder Mystery. Und wir spielen heute mal da. Ich denke mir, ja, Murder Mystery passt schon gut zu Halloween, aber da machen wir mal was anderes als das sonstige Murder Mystery. Und zwar haben wir heute zwei Detektive und zwei Mörder. Das haben wir ja im Normalen nicht. Und das hat schon hier heute mal das Double Up. Und es wurden schon zweimal einen Bogen fallen gelassen und einer liegt noch irgendwo rum am Ende der Map. Da komme ich natürlich wieder nicht durch, wenn es mal wieder dringend ist. Ich glaube, der Mörder kennt beim Bogen, sonst würde der nicht so oft fallen gelassen sein. Aber das ist sein Nachteil, weil dann wissen wir eben, wer... Oh nein. Och Gott, nein. Das war so dumm, Patrick. Warum? Tatsächlich ist Snowfall oder Mountain einer meiner Lieblings-Maps. Ich weiß nicht. Hier hinten kann man irgendwie schön sein Gold sammeln, während die anderen alle auf... ... einem Haufen sind. Okay. Das war jetzt unerwartet, wo ich gerade das wird auf einem Haufen sage. Moment hier. Äh, das Schwein. Ich weiß nicht, ob man dem begegnen sollte. Aber der hat den gerade anscheinend nicht umgebracht. Okay, das ist jetzt hier... Ne, das sind die Schneebälle. Okay. Also auch wenn mir das Schwein ein bisschen sass ist, glaube ich, es ist nicht. Aber jetzt muss da irgendjemand gesehen haben. Der Bär. Der Bär ist es. Der Bär ist es. Der Bär ist es. Nein, es war der Regenbogentyp. So schnell kann man sich täuschen. Oder es sind beide. Na, ganz wunderbar. Ich bin mir auch nicht sicher, aber... Ich glaube, wir sind auch mehr Spieler als sonst. Irgendwo... Ach, der Bogen wurde schon wieder aufgehoben. Na, ganz fantastisch. Und hier Gold, Gold, Gold. Abgezogen. So macht man das. Hier ver... Okay. Was ist denn hier eigentlich? Ach, Gold, Gold, Gold. Ein Gold. Instant Blight. Fünf Gold. Splash. Boutree. Warum sollte man für ein Gold oder fünf Gold... ...das machen? Das ist einfach nur Scheiße. Hahaha. Er hat sich sowas ausgedacht, hä? Das ist ja komplett dumm. Also, über Angebote schreiben müssen wir noch mal reden. Da oben ist ein Bogen. Wie ist der da hingekommen? What? Der ist runtergesprungen. Das heißt, wir müssen nach oben... Nein, ist da nicht gerade jemand hochgerannt? Ob hier den nicht... Ich will den Bogen. Ich will den Bogen. Ich will den Bogen. Nein, er holt sich den Bogen, oder? Ja, er hat den. Ja, wow. Wer ist denn jetzt? Ist der schwarze Typ, der gerade hochrennt? Ich glaube, der ist es. Der ist es. Ja, der ist es. Ich bleib lieber bei dir. Okay. Moment mal, ich hab einen Bogen. Was knall ich den eigentlich nicht ab? Ich honk. Moment mal. Gleich hinterher. Wo ist der jetzt hin? Der ist doch irgendwo da hinten langgerannt. Welche sterben welche? Der Bogen wurde wieder fallen gelassen. Das... Ne, das war der nicht. Das war ein Junge auf jeden Fall. Dort drüben. Dort drüben ist er. Okay. Wir haben gewonnen. GG. Ich hab gehört, wir haben einen neuen Chef. Und der... Moment mal. Dein Mitmörder ist Claudi Clouds. Du hättest sie nicht. Benutze er Message, um privat zu schreiben. Okay, Claudi. Wie siehst du aus? So, okay. Das ist schon mal gut markiert. Damit weiß ich schon mal, wen ich hier verschonen sollte. So. Da haben wir schon mal ein bisschen aufgeräumt. Oh, okay. Da weiß ich schon mal, wer er ist. Oh. Hier räumen wir ein bisschen auf. War hier nicht gerade jemand? Ah, ne. Das war der Schneemann. Okay. Dann verlasse ich mal die Umgebung. Guten Morgen. Ich bin voll der... Ich bin wahrscheinlich einer der wenigsten YouTuber, die früher am Morgen aufnehmen. Aber naja. Es müssen ja hier noch ein paar Dinge erledigt werden, sag ich mal so. Aha, was höre ich denn da? Das sah so aus. Das würde hier ein Schwert geflogen sein. Okay. Ich habe schon fünf Kills und Claudi klaut es erst ein. I don't think this is me anymore. Was? Okay. Die verdächtigen sich schon gegenseitig, aber ohne Namen. Okay, ist hier noch 15 andere übrig. Gut. Da kann ich jetzt nicht einfach so am aufglauben, weil das fällt schon auf. Aber sowas hier, das kann ich schon mal machen. Da, 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 da. Okay. Ich glaube, mich hat niemand erwischt. Oder? Okay. Ich mache das, glaube ich, gerade richtig gut. Ich glaube, ich bin gut im Rennen. Claudia hält sich bis jetzt noch etwas zurück. Zwölf leben noch. Oh, shit. Das war der Detective. Oh, nein. Hoppala. Das war vielleicht jetzt noch nicht geplant. Da vorne ist er. Ich tue mal so jetzt, als ob ich da jetzt hinrennen würde. Nee, ich kann jetzt nicht da vorne gehen. Die wissen doch, dass ich hier bin. Oh, ich muss mir einen idealen Punkt suchen. Warum will denn den niemand? Hallo, hier liegt ein Bogen rum. Hier komme ich gar nicht raus. Hier komme ich raus. Ach, nein, Moment. Hier ist noch Gold. Das nehme ich mit. Hier liegt auch noch Gold rum. Okay, 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 okay. Tschüss, tschüss, tschüss. Schnell Sicherheit bringen. Sonst bin ich hier raus. Ich habe zehn Kills und Claudi zwei. Claudi, was machst du denn? Ach, das war knapp. Claudi, Claudi. Tja, das war ziemlich blöd, ne? So, meine Lieben. Na, kommt doch her. Na, kommt doch her. Na, kommt doch her. Ey. Ey, ich backe fest. Ich backe fest. Nein. Ja, komm doch her. Ja, komm doch her. Komm doch her. Na, na. Ja. Na, hallo. Na, hallo. Na, hallo. Na, willst du kommen? Na, komm. So. Einer lebt noch. Na, wer ist das denn? Na, wo bist du denn? Da rennt Claudi rum. Claudi. Oh, Gott. Na, hallo. Verlierer, was? Die Zeit ist abgelaufen. Warum stand denn nichts im Chat? Ich hab auf den Chat die ganze Zeit geachtet. Och, nein. Ich dachte, wir haben noch Zeit. Boah. Okay. Anscheinend wird das in Double Up nicht im Chat mitgeschrieben. Ich hab mich jetzt wohl auf den Chat verlassen. Aber wenn das Video gefallen hat, dann lasst eine positive Bewertung da. Ansonsten würde ich sagen, abonnieren, Glock aktivieren, damit ihr kein weiteres Video mehr verpasst. Haut rein und ciao, Leute. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.